17,99% Jahresrendite zum Start des P2P-Community-Portfolios. So viel konnte ich mit McLear, der von euch gewählten Plattform, in den ersten drei Monaten generieren. Heute erzähle ich euch mehr darüber und ihr könnt auch die nächste Plattform wählen. Das Heute ist das erste von insgesamt 20 Updates über das P2P-Community-Portfolio und wir schauen heute das erste Mal aus der Vogelperspektive darauf. Die ersten 750 von insgesamt 15.000 geplanten Euro sind eingezahlt und das Portfolio besteht aktuell logischerweise nur aus McLear, der Plattform, die ihr gewählt habt. Die derzeitige Rendite des Portfolios beträgt 17,99%, was aktuell höher wäre als meine initiale Annahme von 10%, damit würde sich auch das Endergebnis entsprechend ändern. Beachte bitte, dass die Zahlen nach drei Monaten noch nicht wirklich aussagekräftig sind und sich noch viel ändern kann und wahrscheinlich auch wird. Die Restlaufzeit des Portfolios beträgt nun noch vier Jahre und neun Monate und die verbliebene Anspar-Summe sind 14.250 Euro. Gemessen an der heutigen Rendite würde sich das Endergebnis um ca. 4.000 Euro erhöhen, wird sich aber über das Jahr hin noch nach unten korrigieren, je nachdem, was für eine Plattform ihr als nächstes wählen werdet. Das ist nur ein erster Zwischenstand. Zinserträge sind bisher noch nicht nennenswert vorhanden. Diese liegen bei nur lediglich 10,25 Euro seit dem Start, werden aber jetzt schnell steigen. Kommen wir nun zu McLear, der ersten Plattform, die ihr ins Portfolio gewählt habt. Ich habe hier dreimal 250 Euro eingezahlt und die Gelder nach bestem Wissen und Gewissen angelegt und gleichzeitig versucht, das Maximum herauszuholen. Es wäre durchaus sogar noch mehr drin gewesen, denn McLear vergibt 20 Euro für jede einzelne 500 Euro Investition. Das war mit meinem Einzahlungslimit leider nicht möglich, aber vielleicht kann ich mir nun Beträge auflaufen lassen, um den Extra-Bonus beim nächsten Mal zu kassieren. Insgesamt habe ich in sechs unterschiedliche Projekte investiert und habe versucht, Stages, also mehrere Tranchen des gleichen Projekts zu vermeiden, auch wenn das nicht gänzlich möglich war. Ein Projekt wurde bereits erfolgreich zurückgezahlt, welches mit 19,5% verzinst war, jedoch nur sehr kurz lief. Die Rendite von McLear ist derzeit logischerweise noch die gleiche wie die des gesamten Portfolios und beträgt mit Stand Ende Februar 17,99%. Diese kamen unter anderem durch Cashback-Zahlungen zustande. Es gibt bisher ehrlicherweise wenig Negatives über die Plattform zu berichten. Die Projekte laufen alle nach Plan und sie zahlen hohe Zinsen. Die deutsche Übersetzung ist an vielen Stellen jedoch mangelhaft und manchmal ist es besser, einfach die englische Seite zu nutzen. Ansonsten kommunizierte McLear leider recht wenig offiziell. Es gab lediglich Infos über neue Projekte oder hier und da mal einen Erfolgsbericht, aber keine monatlichen Portfolio-Updates oder ähnliches. Seit dem Start auf der Plattform stehe ich jedoch mit der Plattform in Kontakt und auf meine Vorschläge hin wurde sowohl die Auszahlungsgebühr entfernt als auch erste Statistiken eingeführt. Zudem gibt es inzwischen auch eine Telegram-Gruppe zum Austausch von McLear-Investoren und die Plattform wird langsam aktiver. Die Fähigkeit, sich Vorschläge der Investoren-Community anzunehmen und nichts anderes bin ich ja auch am Ende und diese dann auch zeitnah umzusetzen, ist für mich ein großer Pluspunkt bei McLear. Dennoch ist mein Vertrauen in eine neue Plattform standardmäßig nicht sonderlich hoch und ich bin erstmal froh, dass das Ganze nur Spielgeld ist. Ziel des Community-Portfolios war es ja anfangs auch, Plattformen zu testen, die man normalerweise nicht anfassen würde und gerade gestartet hatte McLear recht wenige Punkte im Rating und steht derzeit auf Platz 27 in der Rangliste bei rund 50 Plattformen. Von ihrer aktuellen Leistung bzw. dem Rendite-Output her gehört sie dort aber keinesfalls hin. Dennoch müssen sie mehr in Zukunft tun, um den Schmuddel-Crow-Desk-Destor-Vergleich zu verlassen und zu einer ordentlichen Plattform zu werden. Beispielsweise wäre ein monatliches Reporting der Portfolio-Performance ganz cool, wie wir es auch bei Heavy Finance sehen, detaillierte Statistiken, wie zum Beispiel bei SZQO, ein geprüfter Geschäftsbericht und die schon angesprochene bessere deutsche Übersetzung. Einen Punkt, den ich anfangs so noch gar nicht auf dem Schirm hatte, ist die Macht unserer Community. Ich habe eben erwähnt, dass McLear gegenüber Verbesserungsvorschlägen sehr offen ist. Natürlich sind sie das, denn ein vernichtendes Urteil hier im Community-Portfolio wäre nicht sonderlich hilfreich für sie und ihre Zukunft. Das zeigt auch mal wieder, was wir als geschlossene Investoren-Community für einen Einfluss auf noch junge und kleine Startups nehmen können. Diese Chance sollten wir unbedingt nutzen und das bekräftigt mich in der Motivation, dieses Projekt über die gesamten fünf Jahre hinweg zu führen und wirklich beschissenen P2P-Plattformen ihre Grenzen aufzuzeigen. McLear scheint bisher ein positives Beispiel einer der bisher schlechter bewerteten Plattformen zu sein, aber ich bin mir sicher, dass wir auch noch negative Beispiele finden werden und genau dabei seid ihr nun wieder gefragt. Denn nun geht es darum zu voten, wohin die nächsten 750 Euro beziehungsweise das Investment der nächsten drei Monate hingehen wird. Nach dem definierten Regelwerk wird McLear für den Rest des Jahres 2024 nicht mehr am Voting teilnehmen. Ihr seid also gezwungen, eine andere Plattform auszuwählen. Es gibt am Voting auch noch eine weitere Änderung und zwar werde ich nun eure E-Mail-Adresse abfragen für die Abstimmung. Diese wird nur so lange gespeichert, bis das Voting abgeschlossen ist. Diese sorgt aber dafür, dass nicht fiese Plattformen einfach ihre Mitarbeiter motivieren, um sich ins Portfolio einzuschleichen. Eine Plattform musste ich zudem aussortieren, nämlich LimeDot, die den Betrieb als P2P-Plattform eingestellt haben und auch ansonsten hat es einige Verschiebungen gegeben bei der Auswahl. Aber es gibt einiges an Nachschub. Hinzugekommen sind nämlich Livonia, Scramble, Decamel und Quanloop. Die Vorgabe der wählbaren Plattformen kommt erneut von mir und richtet sich nach dem P2P-Premium-Rating, jedoch von unten aus gesehen. Dieses beinhaltet aktuell rund 50 Plattformen und ihr könnt zwischen den 10 am schlechtesten abgeschnittenen wählen, sofern ein Investment hier Sinn macht und ich nicht selbst dort bereits investiert bin oder vielleicht auch mal war. Zudem sollte eine Mindestrendite von 10% erreichbar sein. Gehen wir die Kandidaten kurz einmal durch. Zunächst hätten wir hier Quico Finance, eine P2P-Plattform, dessen Mutterkonzern schmutzige Spielchen mit Mintos-Investoren treibt. Aktuell erreichbare Rendite ist um die 10%. Dann haben wir Loanvest, einen neuen P2P-Marktplatz mit Krediten aus Vietnam und Sri Lanka, ca. 11% Rendite. Wir haben Loanj, einen ebenfalls neuen P2P-Marktplatz mit Krediten aus Indonesien, Sri Lanka und Malaysia, ca. 13% Rendite. Wir haben Hi5, eine kroatische P2P-Plattform mit schlechten Ruf und derzeit 12% Rendite. Dann haben wir noch Monestro, einen estnischen P2P-Marktplatz mit Krediten aus Estland, Lettland, Island und Tschechien und angebotenen 12% Rendite. Dann haben wir mit Livonia in meinen Augen eine mies designte Crowdfunding-Plattform, die drei Meilen gegen den Wind nach Scam riecht, aber immerhin bis zu 20% Rendite liefert. Dann haben wir Quannloop, das ist eine Art P2P-Fonds mit täglicher Verzinsung, sieht sehr, sehr strange aus, bietet aber sogar bis zu 25% Rendite, wenn ich das richtig gesehen habe. Dann haben wir auf Platz 8 Scramble, das ist eine Plattform für Geschäftskredite mit interessanten Investmentprozesses, um die 12% Rendite. Die vorletzte Plattform ist Decamel, das ist eine weitere Crowdfunding-Plattform aus Lettland, ca. 11% Rendite. Und unser letzter Platz geht jetzt an Nibble Finance, die bieten wieder Investments an, das ist eine P2P-Plattform, die schon recht lange am Markt ist mittlerweile und hier kann man in ausgefallene Konsumkredite investieren mit einer Renditeerwartung von 14,5%. Jetzt wäre es cool, wenn du für deinen Favoriten votest. Den Link dazu, den findest du in den Shownotes. Sag mir bitte, wo aus deiner Sicht die nächsten 750 Euro versenkt werden sollen. Der Gewinner des Votings wird am 01.04. bekannt gegeben, die Umfrageergebnisse werden am 30.03. festgeschrieben. Sollte es aus irgendwelchen Gründen nicht möglich sein, auf der von euch gewählten Plattform zu investieren, dann gehen die 750 Euro direkt an die Zweitplatzierte. Also, wenig überraschend liefen die ersten Monate gut im P2P-Community-Portfolio. McLear hat bisher keinerlei Probleme, was mich aber auch in Anbetracht der Wachstumsphase des Unternehmens sehr überrascht hätte. Dennoch dürfen wir nicht vergessen, wie es bei vielen der kleineren, intransparenten und schlechteren Plattformen in der Vergangenheit war. Es lief immer gut, bis zu dem Tag, an dem es eben überhaupt nicht mehr lief. Aber genau deswegen machen wir dieses Experiment ja auch. Ich möchte euch mit diesen Worten nur dafür sensibilisieren, dass ihr bitte selbst vorsichtig sein sollt, wenn ihr euphorisch und überschwänglich solchen Experimenten folgt oder auf Plattformen anfangt zu investieren, die wirklich keinerlei Track-Record vorzuweisen haben, wie es nun einmal bei McLear der Fall ist. Ich bin mir nämlich fast sicher, dass ich im Laufe der Zeit bei einer der P2P-Plattformen Geld auf der Strecke lassen werde. Welche Plattform das ist und wann das sein wird, das weiß ich natürlich nicht. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Vote jetzt bitte für die P2P-Plattform, die als nächstes ins Portfolio soll und dann hören wir uns schon beim nächsten Update wieder.